Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Monkey Dwarfy und ich bin unterwegs mit meinem Kromwell. Und zwar in Wollberg. Wurde ich mich wieder eingeladen. Diesmal sind wir auf Wien unterwegs. Einfach verbrechen. Die Grenze ist ganz wichtig, dass die Grenze ablösen. Ist der Geruch blockt. Jetzt kann ich die Kieber zugepushen. Dann kann ich damit eingreift werden. Und da ist auch schon der MT-25. Da muss ich auch verschieße ich. Der MT-25. Der MT-25. Der MT-25. Der MT-25. Der MT-34 ist natürlich auch da drin. Und der MT-34 ist natürlich auch da drin. So. Ich gehe vom T-35. Und was trifft mich. Und was trifft mich. So wird Spiele daraus kommen. So wird Spiele daraus kommen. Von dem B. Jetzt ziehe ich mich schon mal zurück, auf den Fabrikern. Wiener der T-35 ist. Und ich musste trotzdem stehen. mtl ist schon im osten aufgegangen es hat einmal komplett verlegt die insel für uns er hat sich zurückgezogen hier aber weg ist der Heavy dahinten und der Senkel steht ist auch verwunderlich da ist er aufgegangen da ist er zu seinem Tee aufgegangen da ist er einfach so weit verlegt da ist er angegangen ich weiß er hat mich getroffen vielleicht auch wohin er brüch wo es nicht aufgeht fahrer verwundet wir können nicht mehr so schnell fahren da ist er nicht rein hier oben so wo er auf hier weiter ich wollte das kind anschleichen Hier oben. Nichts zu weit vorfahren. Im Hintergrund wird er unter der Karmel stehen. Wahrscheinlich K34 und KM. Das ist wahrscheinlich hier oben vorfahren. Äh, leider bekannt. Da kommen wir drauf. Aber der Light kann ich wohl nicht mehr viel machen. Aber noch A90 AP. Das ist für jeden One-Shot. Ich versuche jetzt erstmal die Insel zu halten. Dass die auch nicht verbrüchen können. Da muss ich noch an den Schrank. Warte mal, halbiges. Ich muss das mitgeben. Ich muss das mitgeben. Aber ich muss den Mauer fahren. Das ist für jeden Fall der Light. Das ist für jeden Fall der Light. Ah, was ist denn da blind geworden? Da kommen wir später verliebt sich erst, wenn ich mal anders bin. Da kommen wir später verliebt sich erst, wenn ich mal anders bin. Das ist eigentlich fast ganz unruhig. 2.30 auf Pro. Hier finden 3 komisch dran. Letzten 3 Bluten. Ah, gleich was drin leider an Pelzen. Verlieben. Da ging voll durch ihre Panzerung. Warte auf acht, was da im T macht. Ganz der Pixel und der Stabin. So, jetzt rumfahren. Ach, jetzt macht der Auge auf mich. Sonst habe ich nur noch den Tafeln rausgenommen. Hier gewinnt die Runde. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch das Gefechtsergebnis an. So, die Runde auf Minen beim Bollwerk. Habe ich 917 Schaden gemacht. 2 kills 751 Basiserfahrung. Hier war sogar auf Platz 3 gelandet vom Schaden her. 21 Mal geschossen, 9 Mal getroffen, 8 Mal penetriert. Da ich halt sehr oft blind geschossen habe. Oder halt knapp daneben geschossen habe. Aber ich habe halt sehr oft geschossen. Habe 13.144 Grad das Minus gemacht. Und das in 8 Minuten und 6,50 Sekunden, die die Runde gedauert hat. Wenn ihr euch diese Runde gefallen lasst, dann wieder ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.